Hallo zusammen! Heute zeige ich euch, wie wir mit den Hunden ein wenig rausgehen. Wir waren gerade beim Tierarzt und haben das Spezialfutter für unseren alten Hogo abgeholt. Und ich hoffe, euch geht es allen sehr gut. Die Sonne scheint, genießt sie. Auch die Hunde halten ihren Sicherheitsabstand ein. Schaut hin, funktioniert eigentlich nicht immer bei den beiden. Heute machen sie es mal vorzugsweise fürs Video. Ich hoffe, ihr hattet auch so eine schöne Zeit, die ihr zuhause verbringen konntet und das war nicht ganz so schlimm für euch. Man kann ja die normalen Wege machen, wie Einkaufen, Arzttermin, Apotheke, auch mal an die frische Luft gehen. Ja, so machen wir das auch. Wir halten uns dran. Leider ist das im Moment nicht möglich zu proben oder irgendwelche Spieltermine bekannt zu geben, da wir ja auch noch nicht wissen, wie lange das alles so weitergeht. Ich hoffe, ihr bleibt uns treu und wir sehen uns dann wieder, wenn es wieder heißt Haus Karo am See. Macht's gut, eure Pantomime!